Okay, 3, 2, 1, los. Alles klar. Wir könnten auch Reinhardt mit Firestrike nehmen. Das geht auch. Oder was, das heilt. Oder so eine Bio-Nabe von Arna. Ja, die ist auf dich geblieben. Okay, alles klar. Wo ist der Ball denn? Guck mal, was ich kann. Was ist das hier? Okay, dann nehme ich halt den Genji. Also wir machen uns jetzt schauen, oder wie? Okay, komm her. Na, ihr seht mich hier, oder? Ja. Ich seh dich. Moment, äh. Oh, fuck, wer macht das? Hä? Ich sollte... Nein! Haben die es einfach entfernt. Okay, äh. Ich muss dagegen laufen. Und dann gehen wir los. Okay, das läuft. Nicht gut. Bastion ist schlecht Wahl. Ja, ja, wir brauchen niemanden hier. Reinhardt oder irgendein Heiler. Okay. Du sollst vielleicht ein bisschen näher rankommen. Hast du ihn grad doppelt gesleept gar nicht? Schlafen? 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 Nicht raus und keinen Mops mehr. Ne? 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 Was machst du da? Stopp! 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 What the fuck? Warum wurde ich jetzt getroffen? Oh, Alter! Stopp! Stopp! Stopp!